Junge Stimmen im Advent. Südtiroler Schauspieler lesen Texte von jungen Südtiroler Autorinnen. Zeit und Zeit die Rind von Nadja Unterfrauner aus der Textsammlung In die klare Luft sprengen, erschienen im Rezia Verlag 2020, gelesen von Eva Kuhn. Bevor unsere Welt in Flammen aufgeht, wird sie noch einmal perfekt sein. Und so sitzen wir hier, schreiben die Gedichte unserer Geschichten nieder, während wir hoffen und träumen und lieben und leugnen und darauf warten, dass dieses Leben endlich sinnvoll wird. Dabei vergessen wir fast, dass alles Glück der Welt in unseren eigenen Händen liegt und die Umstände darum doch nur noch Bestätigung sind. Und wir denken. Denken an all die Sachen, von denen wir träumen und glauben, sie würden uns glücklich machen. Von denen wir glauben, wir würden sie noch mal gebrauchen. Doch in Wahrheit sind sie klein und nichtig und uns auch gar nicht wirklich wichtig. Und wenn wir erst einmal glücklich sind, sind wir naiv und klein und blind und merken erst viel später, wer wir sind. Doch inzwischen verfahren wir uns in all den Sackgassen, in denen wir nach Dingen jagen, die doch gar nicht existieren und auch gar nicht wirklich wichtig sind. Und so sitzen wir hier, schreiben die Gedichte unserer Geschichten nieder, während wir hoffen und träumen und lieben und leugnen und darauf warten, dass dieses Leben endlich sinnvoll wird. Aber irgendwann, da werde ich realisieren, dass wir viel zu spät kapieren, wie wenig wir doch nur riskieren. Und die Zeit neigt sich dem Ende hin, denn es ist bloß Zeit und Zeit, die rinnt. Und ich stehe dann vielleicht da, alt und faltig und hauche ganz alleine die Gedichte meiner Geschichten in den silbergrauen Morgendunst. Und in den letzten Minuten meiner Zeit warte ich noch immer darauf, dass die Welt um mich herum in Flammen aufgeht und dieses Leben doch noch sinnvoll wird. All das könnte mal passieren, das fange ich jetzt an zu kapieren. Und ich will nicht, wenn ich erstmal alt und faltig bin, von der Vergangenheit meines ungenutzten Daseins träumen, davon, was hätte passieren können oder passieren sollen oder nie passiert ist. Jede Generation hält sich irgendwie für besonders. Wir vermessen, überhaupt davon auszugehen, jemand könnte besonders sein. Denn es gibt diese Dinge, die niemand von uns ändern kann. Irgendwann wird unsere Sonne explodieren, egal mit wie viel Kraft wir Dinge schufen, Dinge kontrollieren. Es wird sowieso passieren. Also warum weiter Zeit riskieren? Warum weiter Zeit verlieren? Es gibt doch noch so viel zu probieren. So vieles, was ich tun kann. So vieles zu sagen und zu machen. Über all die schönen Sachen lachen. Fehler machen. Aus ihnen lernen. Vielleicht mal Präsidentin werden. Doch ich frage mich all diese Dinge. All diese Dinge, auf die ich eine Antwort suche, aber keine finde. Und wir wissen es nicht genau. Ich meine, woher sollen wir es denn wissen? Wir arbeiten hart, arbeiten verbissen an unserem eigenen Gewissen. Woher sollen wir es denn wissen? Aber eines weiß ich ganz genau. Wenn ich erst mal alt und faltig bin, wird auf meinem Schoß ein Enkel hocken und ich werde ihm von all den Geschichten erzählen, die von Liebe und Vernunft und Chaos berichten und die ihn eines werden lehren. Du hast nichts zu verlieren. Lass dich einfach inspirieren von der Schönheit dieser Welt, bevor der Alltag dir seine Eintönigkeit aufdrängen kann. Fang doch an, was zu riskieren. Lass uns alle was erleben, was bestreben, was bewegen, auf das wir später stolz sein können. Denn wenn wir alle erst mal alt und faltig sind, sitzen wir hier, schreiben die Gedichte unserer Geschichten nieder, während wir hoffen und träumen und lieben und leugnen und merken, dass dieses Leben doch noch sinnvoll war. Der Literarische Adventskalender Tür für Tür Ein Geschenk Der Literarische Adventskalender Vielen Dank.